so gut dann mache ich jetzt hin es ist ja nicht sein erster account zumindest nicht auf der ps4 aber nicht auf den anderen konsolen ach alles gut so wenn du wüsstest wie ich zielen kann die rechte hand von mir dann kann man heute tatsächlich ist ins finale gehen so dann schicke ich noch mal raus ja ich hab normalerweise ich immer was du willst rein oder was krampfen fuß krampfen fuß da stehen ja beginn muss wahrscheinlich so wenn alle bereit sind dann starte ich hier marcus ja jetzt wenn die mädels für alles bereit sind da kannst du ja jetzt hast euch zwei mädels zum dumsen so da kommen sie alle klopfen ich kaufe nix Das ist, das ist sehr, 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 sehr schlecht. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte mit Trevor sein. Oder im Flugzeug. Jetzt jemand, ich sage, wer. Na jeden Fall, es ist nicht mein Platz für die Entscheidungen der Liederschaft. Aber jemand hat gesagt, die Vagos, die Ballas, die Frat-Boys, die Lost, die O'Neill. Ich habe sie alle gesagt, wo ihre Sachen ist. Wenn wir uns da gehen, dann komme ich da hin. Quick, now I got you. Ich hinter Kev mich versteck mich hier. Das ist genau das Riechen, ist genau die sicherste Variante, sich einfach hinter mir zu verstecken. So, das ist ja letztendlich egal, wer was macht, von den Posten her. Ich weiß nicht, aber es geht im Norden, Süden, Ost. Hier ist es ja egal, als er nicht. Was ist das? Gegen die Männer, Gegner, da stehen wir ja nicht. So. So. Dann, machen wir das so. Wir müssen hier zu dem Lagerhaus erstmal runter. Wir müssen alle zum gleichen, wir müssen alle zum gleichen Ziel. Ach, der Fahrwill mit drei Autos, das ist auch nicht schlimm, ne? Wir müssen alle zu dem Lagerhaus runter und nehmen. Ach was. Das ist der Schleudergang. Der Schleudergang, ja gut. Damit kennst du nicht am meisten aus. Wer bist du denn jetzt? Dieses Schiff schickt mir heute mit irgendeinem Schiff hier gerade gelaufen. Wir haben sie echt verrückt von allen hier. Alles was schlau ist. So. Kannst du mal bitte runtergehen, Dankeschön. Ach, wieso geht mein Charakter nicht runter? Vor allem jetzt, weil du siehst, bleibt er danach wieder stehen. Ja, ja, ne, meiner geht ja. Ach, das ist, warte mal, ist der falsche Punkt. Das hier geht der runter nicht, geht der... Hey, doch nicht. Das hier ist richtig. Heig ist richtig, aber wie gesagt, ich wundere mich heute, warum der... Ach, wir müssen da rein, Julia. Wie gesagt, ja, ich fühle mich heute. Wie gesagt, wie gesagt, mir gerade ich... Wieso bleibt er nicht? Habe ich aber auch gerade das Problem. Wie kriege ich schon Besuch jetzt. er bleibt nicht in deckung die kommt von euch die von der seite die bei jungs aus irgendeinem komischen grund bleibt ja nicht in deckung habe ich aber auch das problem als ob das immer ein bug trifft es hat er hier irgendwie gerade ich kann ich kann leider nicht in deckung gehen darf ich gerade so ein bisschen also wenn es gleich kommt brauchst du dafür stärken ein fahrzeug ja dann fahre ich noch eine lkw er hat zwei lkws und zwei gehen auf den jeep ich bin schon drin im lkw wir warten hier auch besser gewesen wenn du eins maschinengewehr gegangen wärst wir warten hier oben aber die helis eben kurz angreifen müssen dann ist das die helis unter krieg vom himmel andere andere seite immer oben 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 grün grün zweite heli down Ich musste, weil der Ja, alles ist gut Solange die Anzeige unten noch vor ist, ist alles in Ordnung Ihr solltet mit dem Jeep Nicht weit weg von uns Du hast eine Stange im Schritt, wenn ich nach hinten gucke Ach, ihr fahrt den Transporter, okay Wer von euch fährt den Transporter? Ich fahr den Jeep Du fährst den Jeep, das ist mancher Alles klar, sehr gut Oh, ich bin tot Naja, wir warten Da ist das Thema eh gegessen Wir können Können wir auch machen Dann fahrt ihr zwei die Die beiden Mädels von den Transporter Markus und ich machen wir was zu dem Schießen Ich bin gerade aber nur gestorben, weil das Ding nicht geflogen ist Alles gut Was hältst du davon nur ja immer ein festes Begriff zu werden von uns Was hältst du davon öfter mit uns zusammen zu spielen als das es nicht lief? So gut, dann haben wir das aber bis weiter hoch Wir müssen jetzt quasi direkt da links hoch und in LKWs an der Brücke an der Brücke diese Lücke lang So, Markus, fährst du den Transporter, soll ich schießen oder umgekehrt? Ich fahr den Jeep und du kannst schießen Alles klar, gut, dann machen wir das so Genau, eine Frau vorne, eine Freundin, super Ja Direkt, direkt hier links hoch, genau An der, an der Brücke lang Alter, ist das eklig Am besten bitte direkt unter der, unter der zweiten Brücke kurz anhalten, bitte So, ich fahr jetzt nur ein bisschen zum Rand Weiter, 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 weiter Ja, unter der zweiten Brücke anhalten, bitte, kurz rechts ranfahren, einfach Da, wo wir eben auch kurz gestanden haben Weil wir die Helixers wegschießen müssen Stopp, 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 stopp Oh, benutzt du nicht das Maschinengewehr, was da drauf ist? Weil ich mit der Minigun besser schießen kann, als mit dem Maschinengewehr Weil ich mit der Minigun besser schießen kann, als mit dem Maschinengewehr Alles gut Ah, falsch bin ich doch Ich was das denn jetzt Überall noch Verkehr, gerade Heli down Ich Ich finde es interessant Ich finde es interessant Da spielen wir mit Yvonne und ihrer Schwester und schon ist überall nur Verkehr Ja, geil Ja, geil Okay, jetzt ist es erledigt Weiter Vielleicht fahren wir einfach mal vor Mit dem, mit dem Jeep Also nicht Eih, Kon Ravi Agnes Geht Was governo QUINN TU. Absolut E Kraft .... K dass er das wenn wir hier noch gegner haben ich glaube da von oben ist runter von dem berg oder sonne ja war es ist weg ihr sagt bitte bescheid wenn die da hinten wie besucht bekommt oder stress bekommt aber nur wenn du bitte bitte sagst da ist ja sie schon es kommt das motorrad ist weg das auto ist weg das noch ein bike ich weiß ja ja da hinter dem ist doch was das motorrad ist schon weg das auto auch du musst du das motorrad gefahren heute weg scheiße scheiße das gefällt mir gar nicht da von mir ich habe den markus ein wie bringt die hkw weiter weg bitte headshot von der von dahinten oder ok mission nur neu weil die aber auch direkte du hast da angehalten dass ein bike aus nichts gespawnt das ist mal wieder hier ja ich hab's gesehen ich wollte ich gerade abholen in dem moment habe ich noch einen mitbekommen weil du hast mir sehr viel leben gekostet als wir uns aufs dach auf die seite gelegt haben ja und das problem hat dass ich mich wieder hingestellt habe in dem moment ist auch direkt neben mir ein biker gestorben den habe ich ja noch weggeschossen aber nicht schnell genug da ist gut wollen wir mal wechseln und du fährst du nicht schießen können wir machen ich mache auf jeden Fall auf mich mal erst so wo wir es doch mal Mann warte 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 stop 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 jetzt so jetzt kannst du das gleiche spiel schon wie vorher auch so kann jetzt mal den ja der hielt weiß ich die helis deswegen halten wir kurz in mir an noch geil so hier die daumen heute hier ist auch weg ich sehe schon Auto flippt hier oben Helis down ja der heli der runtergekommen ist was habt ihr denn auf einmal für anale Fiktion hier was ist denn los bei euch das ist doch dein Vater normalerweise wir sind Trauer unten hinter den Arsch hinter den Arsch hinter den Arsch die ganze Zeit okay was ist denn los oh Gott ja ihr könnt auch quasi nebeneinander fahren und habt ihr eine kleine Wand dann können wir ja ihr müsst auch nur mit uns sprechen wenn ihr sagt ihr wollt lieber dass wir da hinter euch sind ist das auch kein Problem genau wenn ihr wollt dass wir hinter euch sind ist das kein Problem so war das nicht gemein haha haha wenn du einmal abgelenkt ist nur an dein Geschenk und dann irgendwo voll für mich reinfährst wuhh haha die Autos bitte mal bitte auch irgendwas am Hintern ja ja der grüne Jeep genau so so ja von der rechts kommt noch was habt ihr euch dann was an der Backe oder was ne achso ja kommt auch mal rum jetzt mal voll vor vor dir jetzt ist mir vor der Räder jetzt und oben von der Krippe und da ich hab noch geweht in die mitteilchen vor das Auto Markus hab ich ja die biker aus mir ja ja voll sind gesund los kann kastenwagen ja wir sind auch noch mal drüber ja die drehen natürlich jetzt unnormal durch die typen vor zu drei stück markus drei wicker muss dass man den hinten weg machen jetzt hier rechts raus sind egal ich da es müsste jetzt eigentlich was verpreisen weil es eigentlich gleich da na die richten sind jetzt durch aber hauptsache die lkw leben noch alles ist gut du ist egal aber die lkw ist ja nicht egal wie sieht das aus die komische brücke ja ja und bitte nicht den lkw die lkw sind wasser versinken sehr gute leute geschafft auch nur beim vierten versuch wir kommen sie Danke, Leute. Danke. Great work. Really great. Here... Here is what... I promised ya. A little advance from my earnings. You don't speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Soon we'll do the accumulation. Very soon, alright? Now let's get the hell out of here, alright? I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Hey, be cool with that money. Superficial crop and superficial people. Superficial crop and superficial people. Who are you? I'm infinite rage. I'm infinite rage. You can't be infinite rage. Cause I'm infinite rage. Yes, buddy. Damn. I will team up with you later. Hey, hey. Sorry about that. Yo, yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey. Trevor, hey. So we're gonna do this or we're gonna have a circle jerk? Or... Whatever you want, man. Got the drugs? Yeah, you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see? Can I see? The money. Yeah, yeah, yeah. Yeah, got it. Hmm. 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 So... Trevor... There is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine... You are selling me. Excuse me. Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Hmm? And... And how is it... that you know my name? Hmm. Fucking narc! You're... Under... You are under arrest for... Two way... Three, six... What the hell is... Asshole! Come spring! Hmm. Fuck you! Irgendwo tut mir Trevor ja so'n bisschen leid. aber wir haben die aufgabe gestanden nach ewigkeiten und nur auf bronze der amt der forschung in der amt der forschung nicht schön neu starten wir haben so eine firma neu gestartet so geschafft wie süß 23 das war ich auch mal am anfang vor ungefähr zehn jahren warst du mal 23 das körper sinken naja so lange spiel noch nicht draußen aber jahre ist es bestimmt schon ich höre mich also an wie du markus merken der letzte karte römer müssen nach wo der mit dem kopf gegen den baum schlägt mir tut er aber irgendwo ein bisschen leid muss ich sagen deshalb mich verarscht worden ich habe immerhin hier stehen so dann war das auch geschafft endlich mal so gut die frage ist was machen wir machen wir jetzt immer wieder mal andere normale missionen mit der letzten heiß weiter wie sieht das bei euch aus so gut können wir machen dann das war wie gesagt da war die frage aber jetzt soll ich die nächste heiß weiter machen oder ob wir dann sagen aber das sind dann die die fahre die formel 1 rennen glaube ich die sie meinen arena war es glaube ich war das ja genau sekunde so